Baddhasta karnapida utkatasana, auch genannt Baddhasta karnapidotkatasana, ist eine Variation des Stuhles auf den Füßen. Vishnu Brema zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Stehhaltung. Von hier gibt die Füße etwa hüftbreit auseinander. So dass zwischen den Knien etwas Platz ist. Dann gib die Arme erst nach vorne. Beuge die Knie, so weit, dass die Oberschenkel parallel zum Boden sind. Das ist jetzt utkatasana, die Stuhlhaltung, die die Oberschenkel und Gesäßmuskeln stärkt. Von hier ausgehend senke jetzt den Kopf so weit, dass die Ohren gedrückt werden können von den Knien oder Unterschenkeln. Das wäre jetzt karnapidotkatasana. Jetzt hebe die Arme hinter dem Rücken hoch und falte die Hände. Und Baddhasta heißt gefaltete Hände. Und so bist du und Baddhasta karnapidotkatasana. Diese Stellung könnte man auch sagen, es ist die mächtige Stellung mit gefalteten Händen und den gedrückten Ohren. Utkatasana heißt mächtig und stark und überaus. Mehr Informationen über alle Variationen von Utkatasana findest du auf unseren Internetseiten Und auf www.yoga-vidya.de findest du auch Seminare, auch zu Asanas, auch zu Seminaren, die Vishnu Prema gibt. Mehr Informationen auf www.yoga-vidya.de findest du auch hier. Mehr Informationen auf www.yoga-vidya.de findest du auch hier. www.yoga-vidya.de